Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Fortnite. Ja, wir sind in Woche 3 angekommen, haben neue Herausforderungen und machen diese natürlich heute auch fertig. Wir zeigen euch heute einmal den geheimen Spot, wo man, ja es ist geheimer Spot, aber den Spot, wo man den Stern findet. Also man soll zwischen drei Skihütten suchen und dort befindet sich dann ein Schatz, in dem Fall der Stern. Also ein Battle Pass Level müsste das sein. Genau, wir haben eben schon ein bisschen rumgeschaut, ob wir den finden, haben wir aber tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis wir den gefunden haben. Das Gebiet, wo man suchen soll, schon ein bisschen größer war. Irgendwann haben wir den gefunden. Dann haben wir jetzt ein neues Video gestartet, aber ja, ich habe ihn nicht wiedergefunden, das seht ihr hier auch gleich. Aber ich zeige euch das alles nochmal auf der Karte. Ich bin nämlich jetzt hier einfach hingeflogen, da war auch noch ein Gegner. Ich spule das mal kurz hier ein bisschen vor. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet oder auch ein Like dalasst. Denn wir haben gesehen, 95% unserer und die Leute, die unser Video schauen, sind keine Abonnenten, was natürlich auch Sinn macht. Da wir zum Beispiel ein Trophäen-Video haben, was 4000 Klicks hat. Und da ist es natürlich auch normal, dass da nicht jeder abonniert. Aber wie gesagt, wir würden uns sehr freuen. Wir wünschen schon mal bald schöne Weihnachtstage. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!